So, johoi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal 10 Fakten über mich, Leute. Falls euch das Ganze gefällt, dann mache ich irgendwann noch ein Video dazu. Nochmal 10 Fakten. Ja, genau, Leute. Und ich habe hier mir Notizen gemacht auf meinem Handy. Ein paar Fakten rausgeschrieben, Leute. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Fakt 1. Ich bin 16 Jahre alt, Leute. Fakt 2. Ich bin am 10.06.1999 geboren. Fakt 3. Ich liebe Pfannkuchen ohne Scheiß. Oder für manche heißt es auch Krebs oder was weiß ich. Auf jeden Fall Pfannkuchen, Leute. Einfach Beste. Ohne Scheiß mit Apfelmus. Ich liebe das. Manche mögen das nicht. Denn Apfelmus halt so pur zu essen oder so. Aber keine Ahnung, ich liebe das irgendwie. Fakt 4. Ich liebe Motorräder und auch Autos eigentlich. Also von dem her. Ja, auch Motorräder, der ohne Scheiß, ich liebe Motorräder fahren. Fakt 5. Ich habe den 125er Motorräder-Prüger-Schein gemacht und bin da dreimal bei der Theorie-Prüfung durchgefallen, Leute. Ohne Klacks. Und ohne Scheiß. Das war schon ziemlich bitter. Fakt 6. Ich habe eine kleine Schwester, die ihr auch schon in dem Video gesehen habt. Fakt 7. Ich wohne in Bayern. Fakt 8. Ich gehe momentan in die 10. Klasse, also mache ich gerade meinen Abschluss, Leute. Fakt 9. Ich habe momentan 170 Videos auf meinem Kanal. Das ist echt heftig. Und ich weiß, ich produziere jetzt gerade auch ein bisschen die Videos vor. Ich weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich das Video raus habe, noch 170 Videos. Das habe wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich so 174 oder so. Genau, Leute, weil ich will mich jetzt nach den Ferien, ich habe ja zwei Wochen Ferien, will ich mich ein bisschen mehr auf die Schule konzentrieren. Deshalb produziere ich jetzt ein paar Videos vor, damit ihr da auf jeden Fall trotzdem was zu schauen habt und ich auf YouTube auch was hochladen kann. Weil sonst, wenn ich jetzt unter der Schulzeit mache, habe ich wahrscheinlich wenig Zeit. Und ja, dann kommen keine Videos. Und so kommen dann halt eben. Fakt 10, Leute. Ich war bis jetzt nur in Kroatien immer im Urlaub. Ohne Schatz, ich war bis jetzt noch nirgends anders. Das ist schon ein bisschen crazy. Ja, das waren jetzt schon 10 Fakten über mich, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann mache ich auf jeden Fall nochmal 10 weitere Fakten. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Haut rein und ciao.